Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu FIFA Squad Battles Futspiele. Wir spielen die Futspiele. Die Squad Battles Spiele. So, verbrauchst du mich an Lenden? Goretzka hat keine Verträge mehr. Warum hat Goretzka kein Vertrag mehr? Goretzka ist so wichtig. Guck mal, kriegen wir erstmal 8 Spiele hier. Vertragssituation, sehr schön. Ich weiß gar nicht, hat Goretzka, ich glaube Goretzka hat schon ein oder zwei Tore geschossen in der Vergangenheit. Aber noch nicht so viele. Und ich sag's nochmal, es kann sein, dass ich zwischen dem Video, zwischen dem Mikrofon mal kurzzeitig ausschalten muss. Dass sie gerade die Nachbarn renovieren. Also nur eine kleine Info. Könnte man auch für zu reden. Einfach so zwischendurch. Ja. Schnellstes Super-Ever. Glaub ich. Hicks zu halten. Ich bin superberat. Wenn es eine Tollmaschine da losliegt. Ah, schade. Ohne Musik ist echt langweilig, ne? Ich bin der einzige, der hier rumlabert. Nein! Oh. Ist es eine Tollmaschine? Oh, geiles Ding. Richtig schönes Tor von Bruma. Muss man ihn lassen. Ins lange Eck. Schönes Ding. Oh, muss ich doch weiterlaufen. Nicht ganz. Jo, Kopfballtour von Papa. Oder? Boah, da war der Tor aber schwach. Nee, Brooks. Ay, ay, ay. A Brooks. Komm, Werner. Ey, ich habe einmal den. Ho, wie soll er auch noch ein Schlenzer? Komm, Werner. Das war's für heute. Ich bin zu weit vorne gepasst. Oh, nicht schlimm. Oh, ich bin halt da doof. Doof wird attackiert, gleich Geld geben hier. Nein, was kugeln sie sich da? Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Schade. Ja, geht der Maus, was los. Spiderman. Oh, süße. Den hat er auch mal. Ja, geht's. Das ist ja ein Körber, ne? Grandios. Ich hab das Kippe rausnehmen, in der Stirn, in der Stirn, in der Stirn, in der Stirn oder in der Stirn. Ich muss auch noch mal ein Tor schießen. Das war's für heute. Klappes Ding. Aktivator auch nicht so. Schade. Ja. Ja, halb Zeit. Ja. 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 wo er durchgekommen ist. Abseits, ja, ich komm. Das Bisschen... Ich weiß nicht wie das war... Ah! Hehehe Ja! Schönes Tor! Schön mit der Pike nochmal ran! Das müssen wir uns noch mal angucken! Ich geh nochmal in andere Achtensicht... Ja! Nochmal schön verändert den Kurs! Schön wir mal machen! Da ist ja auch gefreut der Werner! Ja! 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 Nein, schade. Die sind schon dringesehen. Wärts ist jetzt korrektig aus, können wir auch mal machen. Die sind schon dringend. So lacht sie mir nicht. Die sind schon dringend. 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 und dann kommentieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Tschüss.